Hallo und jetzt zeige ich mal was Neues in der 1.2.3 Ja Kannst du mich auch mal mit erwähnen? Ok Na gut wir gehen jetzt mal hier schön lang Ich bin auch dabei Gucken mal in die Gegend immer schön Ich versuch gerade ne Borg einzunehmen Wow nein was ist das jetzt? Wieso fallen wir runter? Sag mal sind das etwa Lianen? Ja Man kann jetzt Lianen hochklettern Wollte ich dann mit dieser bescheuerten Vorstellung zeigen Und natürlich geht es nicht nur dass man kann auf Lianen zum Beispiel auch stehen bleiben Echt? Wurde ich mir die Kiste? Ja gut Und wir haben hier eine Kiste Und da drin befinden sich Erschaffer Ocelot Ups Erschaffer Ocelot Erschaffer Rindfleisch Erschaffer Mollfisch Das hier Das hier Das hier So Das sind jetzt nämlich alle mir bekannten neuen Dinger die es in der 1.2.3 gibt Wir auch Also da fangen wir mal an mit dem Ocelot Ocelot Der Ocelot ist so ein kleines Vieh Das ist menschenscheu Und das Ich weiß es nicht Hast du das Holz gezeigt? Welches Holz? Es geht doch Ja warte doch mal So und da holen wir jetzt den Ocelot mal ran Wir müssen immer ganz langsam hinterher zuckern 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 So stehen bleiben Dann kommt er auf euch zu Darf sich nicht bewegen Ich habe die Maus und so So ganz laut und so Und jetzt ist es eine Katze Das ging ja ziemlich schnell Und da hat man dann so ein hübsches niedliches Kätzchen Ich glaube wenn man da noch eins von machst Paaren die sich Warte Ja komm Komm Occi Loci Occi Loci Seit wann macht man eigentlich eine Vorstellung together? Keine Ahnung seitdem ich da bin Ja genau sieht so aus Und jetzt ist da ein Mini Kätzchen rausgekommen Oh ist das niedlich Oh das ist hier wirklich niedlich Ja gell gell Du kriegst hier gleich mal Fisch Fischchen hier Oh jetzt habe ich es gehauen Entschuldigung So der Wolf So 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 Also ähm ja Der Wolf Jeder weiß ja Wolf kann man mit Knochen zähmen Warte das mach ich mal ganz kurz Das ist ein Hund Ja Wolf weiß ich Dinger Hier steht auch das erschaffen Wolf Der ist aber nicht neu Ja aber warte sag mal Wo ist der Knochen wo ist der Knochen wo ist der Knochen 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 Erde an Knochen Was ist denn das hier? Ich frag mich das Fernbefleisch Ähm Knochen wo bist du? Da gut So mit Knochen mache ich jetzt noch ganz kurz wieder den Tag frühs Und wo ist er da? Ja mit Knochen kann man die ja zähmen Das weiß ja auch schon inzwischen Jetzt wird er gefressen Jedermann Und jedes Mädchen So den zähme ich dann auch mal Und wenn man dann das hier macht Wärts böse So 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 Und dann knutschen die sich dann so Hallo mach weg Und dann kommt da so ein kleines Kleines Babyhündchen raus Ist nicht jungfrei Ist nicht jungfrei Oh und das hat auch einen Wassermelonschädel Ein Wassermelonschädel Ja Komm mal her Komm mal her Komm mal her Na komm mal Du bist ein Liebeshündchen Ich hab braves Hündchen Ich hab Liebeshündchen So das war es aber auch noch nicht Es kommen solche Crafting Also solche Lampen Lampen Solche Crafting Lampen hinzu Mache ich mal ganz kurz nach So bumm Da leuchten die dann hin Boah sind die hell Kann man gut benutzen Na ja Und es kommt ein Traum Zu Super storyline Wie Wir G Das Und kl's Wo Das war Andrew Let's Led machen eine halbe Stunde nur Fläschchen rein so ist halt so langsam mit level kommendlich enttäuscht mich die Klinzer so dass Mausgarten was das schon da war ein Zerokin schlägt jetzt auch nicht so gut und es bleibt So, jetzt habe ich einen Dschungel gefunden, hat etwas länger gedauert, als ich gedacht habe, aber, so, da haben wir dann diese Dschungel, wo die Lianen runter wachsen, alles, und hier drin sind das einzige Gebiet, wo man Ocelons finden kann. So, da ist ein Bild auf dem Wald, so, 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 und wenn man auch, ach ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn man ein Schiff drückt, und man an eine Ecke geht, kann man nicht runterfallen, egal was du da machst, du fällst dich runter, finde ich auch gut, wenn du bauen willst und so. Na gut, ich glaube, das war's jetzt wirklich, und ich sage tschüss. Ich hätte jetzt auch nichts mehr an, was noch von der Mensch ist, oder? Lukas, du, hier? Äh, äh, naja, tschüss. Wie lange nehmen wir ihn auch? Tschüss. Sie ja. Lukas, du auch? Ciao.